Hallo! Uiuiui, da gibt mir sogar Damage. Oh mein Gott, Mann! Die Shotgun ist halt noch nicht immer richtig gut im Nahkampf, ey. Ich hatte keine Mails mehr. Vielleicht war es hier jetzt gerade ein bisschen okay. Hey, meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite Battle Royale. Und heute mit einer Challenge aber das Ganze in dem Video. Bis gleich. Okay Leute, wir haben die Sachen, die wir brauchen nicht hier. Denn ich würde gerne nur mit Peace spielen, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt gerade bekomme. Das ist nur mit SMGs. Und zu den SMGs zählen. Die Trimgun, also die Tommygun. Was zählt noch dazu? Also... Ich krieg jetzt keine... SMG. Nimm mal keine SMG. Er hat eine Tommygun. Ne... Was zählt noch dazu? Äh... Was zählt noch dazu? SMGs. Also die Silence SMG, die... Die SMG. Also die... Die SMG. Der heißt doch glaube ich SMG. Und mehr zählt eigentlich nicht mehr dazu. Ich glaub sogar eine LMG zählt dazu. Aber ich werde die mal rauslassen. Weil Fortnite sagt ja selber, was dazu zählt und was nicht. Aber ja gut, wir haben schon mal die SMG gefunden. Das ist nicht die erste. Das ist jetzt die zweite. Das ist ganz gut. Das heißt, wenn eine leer wird, dass ich zu anderen switchen kann. Hallo? Nicht den Weg stehen. Okay. Ich fahr mir noch ein bisschen Holz weg. Hier ist ne Ska, man. Hier ist einfach ne Ska und ich muss mit SMGs spielen, ey. Wir haben in der letzten Folge. Hab ich euch ja gezeigt. Okay. Granatenkill ist da. Ja, glaube. Oh, 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 oh. Da gibt mir sogar Damage. Oh mein Gott, man. Ja, die Shotgun ist da halt noch immer richtig gut im Nachkampf, ey. Ja, die können meins mehr. Digga. So, wenn sie wieder rein. Das heißt, SMG ist die einzige SMG, die Förstergräser hat. Und das muss ich halt ausnutzen. Die macht ja auch nicht so wirklich wenig Damage. Deswegen, ja, nutze ich sie halt aus. Okay. Leute. Wie ich immer. Wir versuchen jetzt die Challenge zu schaffen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Bei den nächsten Gegner treffen. Ich hoffe mal. Das wird's. Challenge werde ich jetzt schaffen. Das Problem ist, dass sie richtig stark sein kann. Also die Waffe. Aber auch richtig low. Digga. Weißt du, war sie jetzt gerade ein bisschen OP, ey. Ich hätte nicht sofort erwartet, dass sofort jemand auf mich geht. Hallo. So. Es gibt... Leute. Es gibt eine... Ey. Ich muss doch auch Abstand haben von den ganzen Gegnern. Ich lande und werde sofort attackiert, Mann. Trink ich mal meinen Shield-Trank und dann nehme ich den großen und dann passt das. Leute. Bevor ich es nicht vergesse, Leute. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn euch solche Challenges gefallen. Und... Lasst euch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Kein Video mehr und... Und... Ja. Und... Aktiviert die Locke, um wirklich sicher zu gehen, dass ihr das nächste Video auch seht. Ja. Das sollte auf jeden Fall passen. Also, Leute. Äh... Ja. Gut. Am Anfang ist immer so ein Struggle bei den ganzen Challenges, weil du einfach nur... Ne... AR hast. Zum Beispiel in der letzten Challenge könnt ihr gerne... Könnt ihr gerne beim i und unten in der Videobeschreibung abchecken. Das war die AR-Challenge. Da haben wir... Äh... Ja. Eine Runde gespielt, wo ich auf First Shrine der Runde gewonnen habe. Nur mit der AR. Und da habe ich richtig gestruggled. Einer hat sogar in die Kommentare geschrieben. Und das dafür, dass ich... Geschwitzt habe und kein... Hit connected hat. War schon ein bisschen krass. Dass ich so reingeschwitzt habe und nicht mal ein Hit connected hat. Mh... Da kann ich aber auch dazu sagen, ja... Wenn er die Zone... So die Streuung hat von den ganzen... Die Zone der Streuung hat, da ist es irgendwie klar, dass ich... Das nicht schaffen kann. Leute. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was für Challenges ihr noch sehen wollt. Da werde ich mich auf jeden Fall freuen. Da ist der nächste Gegner. Der erste ist schon mal tot. Okay. Der hat da wirklich lange gebraucht, bis er gestorben ist. Hat er... Hat irgendwer... Weil ich will eigentlich eine andere... Ferngerwaffe haben. Vielleicht eine blaue. Äh... Blaue Silenced. Weil irgendwie war der schon geil. Eine blaue, Alter. Einen blauen kann man halt schon mehr rasieren. Macht halt... 24 Damage. Okay. Der nächste Spieler ist in dieser Richtung im Nordwesten. Mit einer Sniper. Da ist auch eine richtige Building Fight, man. Da ist auch ein bisschen... Dieses Recall von den ganzen SMGs, das ist zu krass. Du kannst den Fährkraft nicht richtig spielen. Kann man nicht durch. Verdammter Baum, ey. Man hat ihn gekillt. Man hat ihn gekillt. Das ist zäme. Dann kannst du noch ninguém machen. Du kannst du noch mehr schweben. Ich werd auch keine Knut. Das ist zäme. Ich warte dir. Ich warte alles. Ich komm schon runter. Du kannst. Du kannst du lieber nur nicht auf den Boden wachsen. Du kannst du schweben. ? Das ist! Du kannst. Du kannst du kannst! Du kannst du schnellst. Ich werde erstmal nachladen. Ich möchte das Spiel jetzt hin. Boah, 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 boah. Geh weg von mir. Geh. Okay, dann haben wir. Ah, der wollte mich trappen, oder? Der hatte eine bessere, kleine SMG. Nice. Okay, sechs Spieler. Der war gut. Der andere war, glaube ich, auch gut. Aber der wurde halt gesniped von dem. Was ist ein Lucky Shot? Eigentlich war das richtig Lucky von mir. Das passiert mir aber letztes Jahr sehr oft. Weil sich so viele Spieler in letzter Zeit anmischen, dass es irgendwie unmöglich langsam ist. Allein zu spielen. Weil du immer einen Gegner hast. Das ist so krank. Mach mal so. Ist mal lieber. Ist halt so krass. Und wer jetzt sagt, es ist kein SMG. Wenn man jemanden killt mit der Tommy Gun. Dann wird das SMG gekennzeichnet. Das heißt, es ist ein SMG. Deswegen habe ich auch in der... Da vorne ist auch ein Gegner. Da oben ist, glaube ich, auch ein Gegner. Also wieder jetzt vier Leute. Also... Es ist unmöglich im Endfight, nur gegen einen zu spielen. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich muss nachladen, Mann. Oh, Junge. Wieso? Jetzt habe ich so viel geschluckt, Mann. Lagerfeuer wird gleich geplaced, ey. Da oben geht auch nur ein Spieler sein. Däger. 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 Oh, du, 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 du. Ich habe dich gefragt, von wo jetzt denn... Wo jetzt eben... Alter Digga, ich werde die ganze Zeit gesnipet. Hallo. Ich werde mich gerne halten. Ich werde jetzt gleich wegjumpen. Geh mal hier hoch. Oh, mir ist auf jeden Fall jemand. Geh mal hier hoch. Geh mal hier hoch. Geh mal hier hoch. Ich brauche Materialien. AIM! Alter, das AIM hat mich doch in den Stich gelassen, man. Geh mal hier hoch. 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 Geh mal hier hoch.